Moin, willkommen zu den Herausforderungsportalen auf dem europäischen Server, diesmal Nummer 183, Dämonenjäger, das sieht aus wie ein Marauder Bild, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teile, mit dem Youngs Reflexbogen und dem Rucksack des Bombenschützen. Gut, dann haben wir hier den Nagelring, den Leoryxring, mit dem 46er drin, Gabe des Sammlers und hier verdämmte Mächtigen auch ein 45er, hier ist nix drin, oder für Doppelkritt, Heilbrunnen füllen jetzt auch sämtliche Ressourcen auf, ok, aber die kommen halt zu selten, das ist das Problem. Kommen des Jägers, Angriffsgeschwindigkeit, Primärfertigkeit, nur 30% mehr Schaden, ok. Ja, das war schon, alles andere sind hier Setteile, nur mehr ist das nicht. Dann haben wir noch den Dornen des brodelnden Hasses, also Chakra mit Zoll 4 Hass, haben wir hier. Leoryx Krone, wir haben hier, ähm, Ressourcenkostenreduzierung drin, verdoppelt mit der Leoryx Krone, und wir können keinen Arcan-Schaden erschleiden. So, hier nochmal hin. So, dann haben wir hier auf der rechten Maustaste das Chakra. Ost-10-Hass, aber, wir erzeugen ja auch viel Hass, ne, also, dann haben wir hier unseren Ausweichschuss, auch Hass-Erzeuger. Dann haben wir hier den Mehrfachschuss, das ist unser Hass-Verbraucher. Da haben wir unsere Geschütztürme, mit Polarstation. Kann man so machen. Und es sind nicht nur zwei aktiv, sondern eben drei, ne, also, beziehungsweise vier. Dann haben wir hier unseren Wolfgefährten, und dann eben noch nur die Rauchwolke dazu. Also, Mehrfachschuss ist Schaden, mit Geschütztürmen. Lange nicht mehr gespielt, eigentlich fand ich, äh, Maraudo immer ganz cool. Mal gucken. So, warte mal, woher wir denn? Da. Das ist der Ausweichschuss, den machen die ja nicht. Oh, oh. Oh, oh. So, erstmal wieder reinkommen hier. Ähm. Ja. Ja. Ressourcekosten... Probleme habe ich keine. Ich muss wahrscheinlich noch nicht mal die Geschütztürme stellen, weil ich mit meinem Mehrfachschuss schon so genug Schaden mache. Wahrscheinlich. Ich habe nicht genug Schaden. Oh. 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 Ah. Nein. Okay. Okay. Oh. 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 Vielen Dank.